Ok, jetzt habe ich hier ein bisschen was verkauft. Ah, ok, ja. Alles klar. Sind natürlich jetzt nicht so lukrativ die Dinger, aber... Ja, ich habe es gefunden und nicht wirklich geändert. Und ich könnte jetzt gleich noch dahinten weiter die alten Pflanzen von OP da erstmal ernten. Oh, es regnet. Ok. Ah, dann brauche ich heute wohl nicht gießen, würde ich behaupten. Dann gehe ich doch mal in die Stadt. Vielleicht gehe ich mal zu diesem General Store, der da hier vorne hat. Irgendwo. Wohl, ne, ah, da. Das, äh, ja. Kommen wir auf dem richtigen Weg. Vielleicht kann ich da noch ein paar Samen besorgen. Müsste ja eigentlich. Vielleicht kann ich ein bisschen mehr aussäen und dann auch mein Vertrau stecken. Ah, hier ist das Krankenhaus, wo ich wahrscheinlich, äh, ja, die Nacht über verbringen muss. Ja, ok, äh, super. Der ist mittwochs geschlossen. Gut zu wissen. Ja, dann begrüße ich doch mal hier irgendwelche Leute. So, ich kann nicht hier, äh, vor allem vorbeigehen. Ah, zwölf bis zwölf. Ok. Sehr gut. Jetzt kommen wir hier unten vorbei. Hallo. Ah, ok, hier ist irgendwie auf. Ah, ok, ja, ich bin jetzt natürlich jetzt auf der falschen Zeit da. Keiner auf. Aber ich erkunde einfach mal hier die Gegend so ein bisschen. Fahren wir mal ein. Ah, ok. Ist das das Video vielleicht, der was für mich hatte? Ja. Ok. Hier hat er doch was für mich, sagte er. Ok. Ja, ok, gut. Jetzt sind wir mal angepackt. Ah, ok, das hört sich nicht. Ah, ok, dann kann ich mir vielleicht ein bisschen Geld dazu verdienen durch Angeln. Da freut es sich natürlich. Ah, ok, ich habe mir Bambus angel. Ja. Das ist doch ganz, äh, schön. Ok. Ja, dann. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier direkt mal angeln sollte. Ok. Hm, ja. Ja, jetzt habe ich mal eine Angeln. Ob ich die jetzt hier auswerfe? Ja, ok. Ah, ok. Zack. Ok, da hat einer gebissen auf jeden Fall. Wahrscheinlich muss ich... Muss ich danach nochmal auswerfen. Sind ja hier auch nicht bei Bassfishing. Ja, komm. Ok, hier ist nichts zu holen. Nicht so seitlich. Ich könnte wahrscheinlich einfach mal zur Seite laufen. Ok, Willi geht schon nach Hause, oder was? Jawohl, da habe ich doch einen gefahren. Äh, ich muss klicken. Äh, ich muss klicken. Äh, so. Und was da hier in der Balken toll ist. Sprechen. Ja, wunderbar. Ok. 5 Meter? Nee, 5 Inches. Ok. Ich wollte schon sagen, das wäre natürlich ein guter Fang gewesen. Und dann gehe ich doch hier nochmal aus. Also, Willi hat ja seinen Laden auf. Obwohl, ich kann... Ich denke, dann weiß ich gar nicht. Ich gehe mal direkt zu Willi und verkaufe ihm hier den Fisch, würde ich sagen. Hallo? Oh, das ist aber ein guter Laden, ja? Ja, Willi. Ok, super, hat er hier und... Ja, den Router habe ich halt schon. Ah, ok. 30. Ja, ist natürlich jetzt nicht so viel, aber na gut. Eigentlich fange ich jetzt noch weitere Fischel, auch immer. Zack. Also, wenn das hier den Korreus macht, dann hat einer angebissen. Und jetzt muss ich halt sehen, durch klicken, dass ich, äh, da muss ich da rüberbleibe. Lacht ich, oder muss ich da rüberbleiben? Ah, ok, Max. Vielleicht hilft das dabei noch ein bisschen. Achso, ok. Ja, toll, super. Na, war. Ja, äh, toll. Kannst kochen. Ok. Jetzt habe ich ja keinen Platz mehr. Hm. Und das auch nicht einfach so ist. Da kommt, erst einmal so. Ah, und habe jetzt Energie gebracht. Ah, ok. Gut, dann muss ich mich bis jetzt schnell schlafen gehen. Und werfen wir mal aus, ich habe wieder Platz für den Fisch. Am Maximum, ich habe auch gerade das Gefühl, vielleicht nur ein Maximum erreicht und dann einer weiß, dass man sofort rauskriegt, wie das Seekraß, oder ich sage am Seekraß. Nein, da bin ich nicht ganz sicher. Na, ich weiß mal hier. Was ich hinter dem Haus vielleicht weiß. Ja, da habe ich auch einen. Also, man muss echt dahinter bleiben immer. Ich glaube, wenn man an einer Stelle war, dass da nicht direkt noch mal einer beißt. Oder das ist zufällig, aber. Hm. Eine Frage. So, also den Fisch hätte ich jetzt noch gerne. Ah, ok. Ich stelle mich jetzt aber auch ein bisschen dumm an. Ich glaube, ich muss jetzt einfach so ungefähr auf dem Fisch fort bleiben. Also, die ich mal auspicken. Ok, hier will keiner mehr spielen. Zack. Komm. Hier auch nicht. Das war aber Maximum, oder nicht? Den habe ich. Ja, den hole ich jetzt aber auch raus. Also. Jetzt ist ihm ja noch nicht ganz so leid. Ich weiß nicht, was hier los ist. Gut, hier kann ich nicht auswerfen. Ok. Hm. Ja, wunderbar. Da habe ich doch jetzt einen. Das ist ja schief. Ich merke schon ganz. Wenn ich gar nichts mache irgendwie, dann fühlt sich der Balken schneller, als wenn ich dann versuche, was zu machen. Das ist ja so. Einen hätte ich jetzt aber noch gerne. Oh. Da habe ich ihn ausgeworfen. Ganz hart. Klappt dementsprechend auch nicht besonders. Ey, ich verstehe es noch nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Komisch. Das habe ich mal am Anfang besser gelesen. Ich verstehe es nicht, ob ich da vorne rengele, aber der Balken sieht einfach. Oh, ok. Ich bin wieder umgekehrt. Und ich wieder nicht hin. Naja, das Angeln kostet auch ziemlich viel Energie. Schau mal, ob ich hier noch eigentlich wieder ansonsten sollte ich mal wieder nach Hause gehen. Und mich ins Bett legen. Oder ich esse noch irgendwas, aber ich glaube, ich habe gar nichts mehr mit, was ihm schmeckt. Das wird aber kaum essen mehr. Stein vielleicht. Oder Holz. Na, auch nichts. Ne, das ist alles zum Kochen. Dann sehe ich zu, dass ich nach Hause... Oder ich kann natürlich kurz herkommen. Figgi hat auf. Ich hole mir jetzt eben schnell eine Suppe hier, bevor ich verhungere. Boah, ne, 250. Junge, Junge, das sind Preise. Dann gucke ich, ob ich schnell nach Hause komme. Da sind die 50 von den Krankenhauskassen ja noch wesentlich günstiger. Okay, da... Ach, ich kann hier auch am Strand das ganze Treibgut ansammeln. Na, ich gehe jetzt mal nach Hause, ich bin müde. Hier fällt ein. Hier kann ich gar nicht sein, toll. Ja, hier geht's aber. Komm. Ab nach Hause. Der Bauer braucht ein Päuschen. So, wo bin ich jetzt hier? Kommst du in Benno fahren. Ja, okay, dem sage ich eben noch Hallo, komm. Ich sollte den Leuten ja Hallo sagen. Ah, okay, das war Luis wieder. Ah, und das ist die Dame wieder. Den brauche ich gar nicht Hallo sagen, weil die kennen mich das schon. Oh, die hält schon einer schreit, ne? Da fahren wir uns auch her. Wie groß? Ich hoffe, dass ich jetzt hier so richtig laufe. Hm, ne, hier ist ein großer Teig. Die kann ich dann wohlmöglich auch nochmal angeben. Vielleicht beißen die da ja besser. Wer weiß. Schöne Bäumchen. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt den richtigen Weg nehme. Also, ne, ich glaube, ich bin hier falsch. Hier komme ich, achso, ja gut, ich kann es natürlich durchwechseln. Aber ich ziehe da jetzt mal zurück. Mir scheint auch, als wenn der Balken nur vom Laufen gar nicht weiter fällt. Da kann ich jetzt einfach nur keine Aktivitäten mehr nachgehen. Hier war ich ja gerade, das stimmt. Ja, ja, dann... Okay, da komme ich nicht rum. Also, da muss ich noch arbeiten. So bin ich zu müde. Ich sage jetzt kurz hier noch Hallo, wenn hier noch irgendwer zu Hause ist. Ach, okay. Äh, riesiges Haus. Aber hier ist doch jemand. Ja. Hallo. Ja. Ne? Okay, die Tierpflege, ich habe aber eh noch gar keine Tiere. Ich wünsche, ich hätte schon irgendwelche Tiere. Aber so schnell geht es dann doch. So, ja, ach jo. Ja, hier sind wir wieder in der Stadt. Ich glaube, ich gehe jetzt aber einfach schnell nach Hause. Ah, da unten ist ein Suhr, oder was? Das ist wahrscheinlich der Dorfplatz. Ah, ja, genau. Hier war ich vorhin das Krankenhaus. Okay. Vielleicht mal hier noch, weiß ich. Zeit, und ich glaube, da wären wir nicht da. Ah, genau. Pflanzen, ja, wahrscheinlich kann ich das gut schon machen. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie... ...Pflege betreiben kann, aber es regnet die ganze Zeit. Ich hoffe, die Mütter sind zu viel. So, kann ich, äh, ich hoffe, dass hier auch was Pfeffes dabei ist. Ne. Ich kann natürlich krachen, aber... Ah, okay. Ja, toll. Okay. Okay, ich muss auch... ...dessen mal schnacken. Nee. Nee.